Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie der Titel wahrscheinlich schon erahnen lässt, handelt es sich diesmal nicht um ein Bergtouren- oder Wandervideo, sondern eher um ein Special, aber mit Gewinnspiel. Und zwar gibt es zu gewinnen ein mega cooles T-Shirt aus dem Hause Atemberg raubend. Wer sich dahinter verbirgt und was ihr tun müsst, um dieses coole T-Shirt zu gewinnen, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß dabei! So, bevor wir aber zum Gewinnspiel kommen, möchte ich die Chance einfach mal nutzen in diesem Video und herzlichen Dank sagen an alle bestehenden Abonnenten, aber auch an die, die vielleicht künftig noch dazukommen. Es freut mich sehr, dass ihr Interesse an unseren Videos habt. Und ja, durch dieses Interesse, ich glaube, das merkt man auch, wenn man sich die Videos von Anfang an mal so durchschaut, entwickelt sich der Kanal auch weiter, entwickeln wir uns weiter. Und das ist einfach jetzt so eine Wegmarke gewesen, die 500 Abonnenten, um einfach mal so ein Video einzustreuen und mal gucken, wohin die Reise dann noch geht. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir angefangen haben, Videos bei YouTube einzustellen? Ganz einfach eigentlich. Es gab ja schon zig Touren. Ich denke da vor allem an die Bergtour auf den Hohen Göll. Das war unsere erste gemeinsame. Und da haben wir uns eigentlich in der Vorbereitung viele bestehende Videos schon reingezogen, um uns ein Bild von den Verhältnissen von der Tour, von der Schwierigkeit zu machen. Und es hat uns bei der Tourenplanung sehr geholfen. Zum anderen war es natürlich, oder fanden wir, dass es auch eine tolle Erinnerung ist an den Ausflug, wenn man im Nachhinein nicht nur Fotos hat, sondern eben auch einen Film. Und so ist es entstanden, dass wir ab dem Zeitpunkt eigentlich immer die GoPro dabei hatten und im Anschluss auch einen Film geschnitten haben. Nachdem wir ja selbst auch davon profitiert haben, dass andere das eingestellt haben, haben wir uns dann auch entschlossen, die Touren, unsere Touren, zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass es vielleicht dem einen oder anderen doch auch hilft, um die eigene Tourenplanung abzurunden. Ja, wie wird es mit dem Kanal weitergehen? Eigentlich wie bisher. Uns macht es Freude, die Touren, die wir machen, einzustellen. Und es sind nicht nur Bergtouren, sondern eben auch Wanderungen, Ausflüge hier aus unserer fränkischen Heimat, Fichtelgebirge, Fränkische Schweiz etc. Und da ganz klar das Angebot an euch, wenn euch irgendeine Tour interessiert, irgendeine Route, von der ihr mal gehört, gelesen habt, aber es dazu noch kein Video gibt, lasst es mich wissen. Egal über Instagram oder über das Kommentarfeld, nehmt Kontakt auf. Dann versuche ich das Ganze auch mal mit einzubauen, ein Video zu veröffentlichen und dann hoffe ich, dass ich euch da bei der Tourenplanung unterstützen kann. So, jetzt aber genug gelabert, kommen wir jetzt zum Gewinnspiel. Also jetzt mal ehrlich, der Name Artenbergrauben ist doch sensationell. Also ich fand es gleich mega cool und das Beste ist, die drei Mädels kommen auch noch aus meiner fränkischen Heimat Franken. Und von dem her bin ich überglücklich, dass ich ein T-Shirt dankenswerterweise von Artenbergrauben zur Verfügung gestellt bekommen habe, um das Ganze zu verlosen. Aber wer sich genau dahinter verbirgt und was es sonst noch so gibt, schauen wir am besten auf der Homepage an. Komm mit! Musik Musik Herzlichen Dank nochmal an die Mädels von Artenbergraubend, dass sie mir dieses T-Shirt zum Verlosen zur Verfügung gestellt haben. Was muss man jetzt also dafür machen? Gleichzeitig mit diesem Video geht bei Instagram auf unserer Seite draußen bleibst gesund ein Post an den Start. Ebenfalls mit dem Hinweis auf dieses Gewinnspiel und ihr habt nun zwei Möglichkeiten. Entweder hier bei diesem Video im Kommentarfeld oder drüben bei Instagram auch in den Kommentaren. Einfach euren Lieblingsberggipfel, eure Lieblingstour, egal was, verbunden mit dem Hashtag Artenbergraubend ins Kommentarfeld und ihr nehmt automatisch teil. Das Gewinnspiel läuft eine Woche und dann werden wir unter allen Teilnehmern per Loszug den oder die Gewinnerin ermitteln. Allen Teilnehmern auf jeden Fall viel Erfolg und allen, die diesmal kein Glück hatten, einfach nochmal der Hinweis, schaut auf den Online-Shop von Artenbergraubend. Vielleicht werdet ihr dort, finde ich, sind auf jeden Fall, wie wir gerade ja gesehen haben, viele coole Sachen dabei. Ansonsten war es das für das Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wahrscheinlich wieder auf Tour sind. Bis dahin, macht's gut. Ciao, servus.